Wagenbau Domen – Ihr Partner für komplexe Wägesysteme mit hohem Qualitätsanspruch. Von der Entwicklung über die Produktion kompletter Straßen-, Fahrzeug- und Plattformwagen bis hin zur individuellen Programmierung der Anwendersoftware erhalten unsere Kunden alles aus einer Hand. 1924 gegründet und in der dritten Generation Inhaber geführt, produzieren wir Wagen für den professionellen Einsatz. Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden. Unser Team berät und begleitet Sie von der Planung bis zur Installation Ihres Projekt. Wir entwickeln Lösungen bis zur komplexen Anlage für die Fahrerselbstverwiegung. Unsere Produktionsprozesse sind auf Qualität und Langlebigkeit ausgelegt. Die Wägesoftware programmieren wir selbst und passen diese an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Die einzelnen Komponenten sind aufeinander abgestimmt und ermöglichen spätere Systemerweiterungen. Das Produktportfolio umfasst Wagen von Milligramm bis Tonnen. Wir beliefern unsere Kunden weltweit. Unser dichtes Partnernetz in Deutschland ermöglicht einen schnellen Vor-Ort-Service und Support. Zu unseren Serviceleistungen gehören die Installation, Eichvorstellung, Wartung, Schulungen und die Softwareentwicklung. Besonders stolz sind wir auf unsere Auszeichnungen und Qualifikationen. Unser qualifiziertes Vertriebsteam berät und unterstützt Sie gerne bei Ihren Vorhaben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020